Guten Morgen, bin ich mit dem Sozialhilfe verbunden? Wenn du das Telefon suchst. Du hast doch keine Schwierigkeiten. Er ist heute Morgen gestorben. Heute Morgen mit Dich? Hallo, wenn wir keine Sozialhilfe sehen. Ich bin von der Sozialhilfe-Abteilung Ausentbrückung. Seine drei Kinder. Es gibt doch nicht noch etwas, von dem ich nicht weiß. Jemanden sucht du, als wäre er dich. Sie müssen sehr traurig sein. Schwere Gicht. Hervorgerufen durch Komplikationen, nachdem ihnen eine Kiste auf den Fuß gefallen war. Eine schwere Kiste. Oh, Sie meinen sich der Heldensohn. Gute Idee, ist das mal zu buchen? Ja. Ja, das ist der andere, zweihens des Geschäfts. Ich weiß. Ich weiß. Können wir die Sachen jetzt ja ausgewandert werden? Nein. Meinst du das? Ja. Von uns gegangen? Heute noch. Nein, nein, das ist Unsinn. Das ist doch auch schon. Nein. Baby, er ist so erregt. Das bist du doch. Ich habe auch sehr. Ich muss so lange hierbleiben, bis die Sache mit Mr. Sohn erledigt ist. Ja, ich bin gleich logisch. Oh, okay. Und das ist, das ist niemand. Wunderbar. Vorhin ging es ihm nicht so gut, aber jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Stimmt's? Er hat jedes Wort verstanden. Ich sage doch nicht so gut. Durch eine Solidarität. Genau. Ach, ich kenne das. Und dann kommt das hier. Ja. Ja, ja, ja. Oh Gott. Wahrscheinlich zieht er diese Tummel hier nur an, um damit deine Schlafzimmerspiegel zu paradieren. Die stärkliche Hülle, die das teuren und verpflichtende Schlafzimmern führt. Was hast du herausgefunden? Dass du ein Krankheitsdienst bist. Oh, 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 oh. Ja, das hat's gar nicht erwartet. Also keiner hier hat das erwartet. Die Schnauben bei hoch ansteckenden Krankheiten haben wir ein ganz anderes gefahren. So. Komm her. Und. Rein. Mit. Dir. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020